Willkommen noch zu einer weiteren Folge von Diabolo 3 rund um das aktuell laufende Event mit der Finsternis in Tristam. Nachdem ich im Labyrinth ja bereits die Pilze gefunden hatte und diese auch einmal schon in das Heil-Elixier verwandelt habe, habe ich mich jetzt schon soweit vorbereitet, um dieses Rätsel abzuschließen. Und wie ihr seht, habe ich jetzt hier schon den Schlechter als Begleiter dabei und auch natürlich ganz stilecht den roten Seelensplitter in meinem Zauberhut ausgerüstet und auch die Transmogrification entsprechend angepasst, damit er auch tatsächlich sichtbar wird, dass er mit von der Partie ist. So, ich starte jetzt ins Spiel und spiele mit euch dann noch den zweiten Begleiter frei, der sich innerhalb dieses Events freischalten lässt. So, als Vorbereitung dafür habe ich mir schon mal noch mal einen von den Pilzen wieder aus dem Labyrinth besorgt, der ja sowieso angefallen ist, weil ich noch einige Dinge tun musste, um die entsprechenden Erfolge freizuschalten. Weil insbesondere tötet alle einzigartigen Gegner in diesem Labyrinth. Das hat eine ganze Weile gedauert und hat mich inzwischen auch schon bis auf Überstufe 70 gebracht, sodass ich bereits in den Pararon-Level aktuell aktiv bin. Die Vorbereitung, die notwendig war, damit ich dieses Event dann jetzt tatsächlich abschließen kann, beziehungsweise mir eben diesen zweiten Charakter freischalten kann, das zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall beginnt eben die Geschichte mit dem Pilz und in der Hexenküche von Adria. Ja, und auch so wie ich es erfahren habe, haben die Kühe eine besondere Bewandtnis, weswegen ich sie diesmal einfach noch liegen lasse und noch nicht weiter mit ihnen interagiere. So, hier ist eben dieses Hexen-Elixier, was ich dann aus dem Gebräu herausbekomme. Genau, dieses seltsame Gebräu hat schon einige Jahre gezogen und hilft mir jetzt dabei, den ersten, ja, der Toten zu befrieden oder zumindest dort diese Ereigniskette in Gang zu setzen. Und zwar hier bei Farnems Leiche. Im Gegenzug zu diesem Heiltrank bekomme ich eben hier die Schulden eines Trunkenbolts. und das ist alles, was Farnem an Schätzen hinterlassen hat. Seine Hoffnung war, damit seine Lieblingsschenke am Laufen halten zu können. Und mit dieser gehe ich dann jetzt zu dem anderen Verstorbenen, und zwar Odegens Leiche, von dem ich wiederum ein weiteres Item bekomme, und zwar Gardas Brief. Und dieser Brief ist ein von Mitleid gezeichneter Brief von Odegens Frau an den Heiler Interest haben, der sich um das Schicksal von Karnases Kind dreht. Das heißt, das ist dann das Nächste, was jetzt Pippins Leiche jetzt sich dazu bewegt, das Rezept eines Heilers freizugeben. Und dieses Rezept ist Pippins detaillierte Bauanleitung für das Holzbeinen eines Kindes. Nachdem ich diese Anleitung bekommen habe, ist es dann bei Griswolds Leiche, also Griswolds Fein zu Waffen, dem Schmied oder ehemaligen Schmied, dieses zu übergeben. Und normalerweise hätte ich an der Stelle jetzt das Rezept bekommen, aber da ich diesen ganzen Ablauf schon einmal gemacht habe und dann mit Erschrecken festgestellt habe, was jetzt noch weiter notwendig ist, habe ich das Rezept natürlich schon bei meinem wirklichen Schmied eingelöst. Und zudem kehre ich jetzt erstmal zurück, um dann hier jetzt tatsächlich die Waffe des Holzbeins, also Würzbein, in Auftrag zu geben. Denn das überraschende Problem, was ich hier eingestellt habe, ist, dass dieses Ding eine Million Goldmünzen kostet, die natürlich auch erstmal zusammenzubringen sind. Also, jetzt mal her mit dem Teil und damit denke ich auch den Erfolg abgeschlossen. Genau. Damit ist der Erfolg auf jeden Fall der letzte. Oh, noch nicht der letzte. Da fehlt noch einer. Okay, aber jetzt habe ich erstmal Würzbein bekommen. Und das Besondere ist jetzt, das ich gerade erst gebaut habe, es wohl anscheinend darum geht, das Ganze wieder zu verwerten. Ich hoffe nur, dass es wirklich stimmt und ich jetzt nicht eine Million in den Sand gesetzt habe. Ja. Und jawohl. Weil hier habe ich jetzt die geheime Karte bekommen. Diese alte Karte hättet ihr wohl eigentlich niemals finden dürfen. Anscheinend wurde sie mit etwas gestempelt, das aussieht wie ein Hufrabdruck. Zusätzlich sind die Zahlen 2, 1, 3. Klar darauf zu erkennen. So, und da kommen jetzt auch die Kühe ins Spiel. Das habe ich natürlich nicht selber herausgefunden, sondern nachdem ich schon die erste richtige Leiche nicht gefunden habe. Oh, das ist die falsche Ebene. Ich muss ja in die Vergangenheit reisen und nicht in die aktuelle Gegenwart. Also ab nach Alt-Tristam und hier auf zu den Kühen, um sie eben in der entsprechenden richtigen Reihenfolge tatsächlich wieder auferstehen zu lassen oder diese Geister hinzubekommen. Und letztlich dieses 2, 1, 3. Also wenn die Kühe durchnummeriert werden, 1, 2, 3, heißt das, dass die 2 zuerst, dann die 1 und dann die 3 aktiviert oder halt aufgestellt werden soll. Also Nummer 1 als 2, dann Nummer 1 als zweite und zum Abschluss die dritte tatsächlich als dritte. Und damit aktiviert sich hier ein besonderer Zugang zum verlassenen Bauernhaus, indem ich so etwas wie Hedricks Schatz finden soll. Also auf in das verlassene Bauernhaus und mal schauen, ob das, was ich da finden soll, wirklich vorhanden ist. Oh, noch mehr Kühe. Mal gucken, ob die irgendwie sauer reagieren. Von wegen, es gibt kein Q-Level. So, erstmal das gesamte Gelände einmal umrunden, bevor ich mich dann in die Mitte aufmache, um hoffentlich dort den entsprechenden Schatz zu finden. Zumindest sieht hier alles noch recht friedlich aus. Nichts, was mich angreift und nichts, was mich ans Leder will. So, Rundgang beendet. Eine Vogelscheuche und Würzschatz. Noch eine Vogelscheuche. Ich lasse die Vogelscheuche mal noch stehen und gucke mir erst den Schatz an. Und da ist das Kronkalb. Dieses junge Wesen umgibt eine majestätische Aura, ganz so, als würde es einen besonderen Stand in seiner Herde eingehen. Wer weiß, wozu dieses imstande wäre, sollte es verloren gehen. So, aktiviert und jetzt sollte genau, ein weiterer Gefährte in meiner Auswahlliste vorhanden. Anlegen. Und jetzt habe ich eine Kuh als Begleitung. Okay. Ja, aber das war es eigentlich schon. Mehr gibt es hier nicht zu tun. Und es hat zumindest keine weitere verdeckte Errungenschaft oder irgendwas freigeschaltet, die die 96% erklären könnte. Ja, also soweit zumindest die letzte sichtbare Errungenschaft in den besonderen Events. Und jetzt munter könnt ihr dann mit einer Kuh durch die Lette spazieren. Okay, inzwischen ist das, sind die Ereignisse auch tatsächlich bei 100%. Anscheinend hat er dort das nicht gleich aktualisiert, nachdem ich Würzbein hergestellt habe. also soweit alles abgeschlossen, was es zum Jubiläums Dungeon zu erreichen gab, welche Errungenschaften möglich waren und die beiden Pets, die gefunden werden konnten oder halt errätselt werden konnten. Also wenn ihr noch zusätzlich neben dem Schlechter auch die Kuh haben wollt, dann müsst ihr einmal diese Rätsel-Serie durchlaufen. Viel Spaß beim Spielen der neuen Season und bis zum nächsten Mal. Tschüss!